Hier hat man dann einen Tisch mit Meerblick, kann man dann schön reich schrumpfen und es ist schön abgetrennt, man sitzt nicht aufeinander, man bekommt ein bisschen was mit, was im Gang ist, einfach traumhaft schön. Und hier gibt es dann einen großen Tisch, der ist richtig toll. Und hier gibt es dann einen großen Tisch, der ist richtig toll.